So bleiben, in Runde 5 gab es einen schwereren Zwischenfall. Hier Ryan Briscoe, der Toyota Junior, überschlägt sich auf dem Hinterrad von Bernhard Auinger. Der reagiert super und bleibt sofort im Kies stehen, aber für beide ist das Rennen natürlich vorüber. Man sieht es ein bisschen unglücklich, Ryan Briscoe rutscht in Bernhard Auinger hinein und bleibt auf dem Kopf liegen. Grund genug das Safety Car auf die Strecke zu schicken und das kommt in der deutschen Formel 3 Meisterschaft wirklich äußerst selten vor.